Fitness mit Marc, Folge 453 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Beim Training hört er manchmal Heavy Metal aus den 90ern. Marc Maslow! Stell dir vor, du gehst ins Training und du holst 30%, 50%, vielleicht sogar 100% mehr aus deinem Training raus, was Muskelaufbau angeht, was deine Kraftentwicklung angeht. Eben das, was du mit deinem Training erreichen möchtest und zwar ohne, dass du mehr Zeit in dein Training investieren musst. Klingt gut? Dann ist die heutige Folge definitiv das Richtige für dich, denn wir reden über ein unsichtbares Erfolgslement deines Krafttrainings, das du kennen solltest und das häufig übersehen wird. Wir reden über das Mysterium der Geist-Muskelverbindung und wie du sie zu deinem Vorteil nutzen kannst. Viel Spaß! Bist du ein Dranbleiber? Zusätzlich zu diesem Podcast holen sich bereits, vorsichtig formuliert, über 30.000 Menschen über den wöchentlichen Dranbleiber-Newsletter praktische Tipps, die dir dabei helfen, nackt gut auszusehen. Werde Teil der Marathon-Fitness-Gemeinschaft von Menschen, die bereit sind, ihren Körper zu verändern. Trag dich ein für den Newsletter, werde Dranbleiber und sicher dir die drei Erfolgsgeheimnisse schlanker Menschen. Das Ganze ist übrigens kostenlos. Geh einfach auf www.dranbleiber.com und geh den nächsten Schritt, um nackt gut auszusehen. Die Adresse ist www.dranbleiber.com Heute geht es um die Geist-Muskel-Verbindung und wie du sie stärkst, so dass du stärker wirst. Wo kommt das Ganze her? Nun, für Jahre haben Bodybuilder gepredigt, dass die Geist-Muskel-Verbindung unheimlich wichtig ist, wenn du Muskeln aufbauen möchtest. Sie glauben, dass deine Fähigkeit, dich mental auf den Muskel konzentrieren zu können und dabei ganz bewusst die Kontraktion des Muskels wahrzunehmen, dazu führt, dass dieser Muskel eben auch stärker aktiviert wird. Und auf der anderen Seite andere Muskeln, die diesen Muskel vielleicht Arbeit abgenommen hätten, sich eher mehr zurückhalten. Und genau das führt dann dazu, dass dein Muskel stärker wächst beim gleichen Training. Das gehörte längere Zeit zu uns Reich der Mythen. Man wusste nicht so genau, stimmt das, stimmt das nicht. Heute wissen wir, da ist tatsächlich was dran, denn die Forschung hat das Ganze untersucht. Es gibt zum Beispiel einige Studien mit American Football-Spielern, die beim Training an so einen Elektromyograph, so eine EMG-Maschine, angehängt wurden, wo dann die Ströme, die die Muskeln aktivieren, gemessen wurden. Und die Sportler sollten Bankdrücken durchführen, einmal so, wie sie es normalerweise machen würden. Und dann im Versuch in der Interventionsgruppe wurde diesen Probanden gleichzeitig gesagt, sie sollen sich beim Training auf die Brustmuskeln fokussieren. Also genau die Muskeln, die das Bankdrücken natürlich primär auch trainieren sollen. Wir wissen, dass beim Bankdrücken natürlich der Brustmuskel beansprucht wird. Das ist eine Verbundübung, die mehrgelenkig ist. Es werden auch andere Muskeln beansprucht, nämlich der Frontdeltoideus, also die Vorderseite der Schultermuskeln und der Trizeps, also Rückseite der Oberarm. All diese drei Muskeln arbeiten mit beim Bankdrücken, aber mit diesem simplen verbalen Hinweis, der dazu führte, dass die Sportler sich mehr auf die Brustmuskeln fokussieren, passierte genau das. Sie konnten nämlich feststellen, dass die muskuläre Aktivität, die durch die EMG-Messung transparent gemacht wurde, um 22% anstieg. Und zwar genau im Brustmuskel, also im Pektorales Major. Und das Ganze wird noch interessanter. Wenn den Probanden nämlich gesagt wurde, sie sollten sich nicht auf den Brustmuskel, sondern auf den Trizeps konzentrieren, dann wurde in genau dem Muskel die Aktivität erhöht und zwar um 26%. Ja, jetzt könntest du sagen, schöne Studie, Marc, aber eine Studie ist noch nicht die Wahrheit und das stimmt auch und es ist auch nicht die einzige Studie. Es gibt eine andere Studie der Universität South Carolina, in der Probanden ganz bewusst die Aktivität des Lattissimus Dorsey, also des breiten Rückenmuskels, nach Anweisung durch die Instruktoren erhöhen konnten. Und zwar bei Zugübungen. Ganz klar, den Latt trainierst du ja primär durch Zugübungen, zum Beispiel den Lattzug heißt auch so, oder Ruderübungen, Rudern mit der Langhantel, Rudern mit der Kurzhantel. Bei solchen Zugübungen leistet auch der Bizeps eine Menge Arbeit, aber in diesem Versuch sollten die Probanden ganz bewusst den Rücken mehr aktivieren und die Arme weniger stark aktivieren. Und exakt das ist dann auch passiert. Die Aktivierung des Lattissimus stieg um 17,6%. Es sind also nicht nur kleine Werte, die sich hier verändern, sondern es geht definitiv auf Werte von um und bei 20% in einigen Studien auch drüber. Und das ist ja ein ordentlicher Effekt. Es gibt noch ein weiteres interessantes Experiment, das wurde durch Brett Contreras durchgeführt, der seine Doktorarbeit geschrieben hat zur Entwicklung des Gesäßmuskels. Brett Contreras ist im Übrigen auch die Person, der Trainer, der den Hip Thrust so populär gemacht hat. Und auch damit dafür gesorgt hat, dass in vielen Fitnessstudios jetzt Hip Thrust Maschinen vorhanden sind. Und eigentlich in jedem Fitnessstudio du auch Menschen siehst, Männer und Frauen, die den Hip Thrust trainieren. Was er konkret untersucht hat in seiner Studie ist das Rückenstrecken, also die Rückenstreckerübung. Das ist eine Übung, bei der die komplette rückwärtige Kette deines Körpers, Muskelkette trainiert wird. Das fängt an beim unteren Rücken, geht über die Po-Muskulatur, die Glutei bis runter zur Oberschenkelrückseite, die Hamstrings oder Ischio-Korale, wie sie auch bei uns heißt. Die Probanden sollten hier die exakt gleiche Übung durchführen mit der gleichen Form. Und dann gab es wieder zwei verschiedene Gruppen. In der einen Gruppe wurde gesagt, dass sie sich nicht besonders auf die Hüftstreckung fokussieren sollen, auch nicht unbedingt auf die Gesäßmuskulatur. Und hier wurde festgestellt, dass das Gesäß auch nur zu 6% aktiviert wurde. In der anderen Gruppe wurde den Probanden allerdings gesagt, dass sie sich auf das Gesäß bewusst fokussieren sollen. Und hier sahen wir einen deutlichen Unterschied. Die Aktivität im Gesäßmuskel ging um 38% nach oben. Was für ein Unterschied. Ja und Studien wie diese, natürlich kombiniert mit den Erfahrungen aus dem Training, die zeigen, die deuten ziemlich klar darauf hin, dass es eine Geist-Muskel-Verbindung gibt und dass sie einen gehörigen Einfluss darauf hat, wie effektiv dein Training ist. Ob du einfach nur Zeit im Gym verbringst oder ob du richtig was für dich rausholst. Bisher war das Ganze eher eine theoretische Überlegung. Aber durch diese EMG-Studien können wir es erstmals messen und auch beziffern, wie groß der Unterschied wirklich ist. Und trotzdem fehlt hier noch etwas. Denn was die Studien nicht gemessen haben, ist, wie sich das Ganze eigentlich auf den Muskelaufbau auswirkt. Irgendwie ist es ja nachvollziehbar, dass es einen Einfluss auf den Muskelaufbau, auf das Muskelwachstum haben sollte, wie stark dein Muskel auch im Training kontrahiert. Aber tatsächlich dauerte es noch ein paar Jahre, bis auch hier eine Studie durchgeführt wurde. Das war 2018. Eine Forschungsgruppe, die von Brad Schönfeld angeführt wurde, der eine Langzeitstudie durchführte. Auch wieder mit zwei Gruppen von Kraftsportlern, die während ihrer Trainingseinheiten unterschiedliche Instruktionen bekamen. Gruppe 1 wurde gesagt, dass sie sich auf das Innere ihres Muskels fokussieren sollten und den Muskel so richtig zusammenquetschen, während sie die Übung durchführen. Ja, und die andere Gruppe, die sollte einen externen Fokus, also einen Fokus außerhalb ihres Körpers, wahrnehmen und sich darauf konzentrieren, das Gewicht hochzubringen. Ja, und nach acht Wochen wurde dann Resümee gezogen und geschaut, wer hat sich besser entwickelt, wo gab es mehr Muskelwachstum. Und tatsächlich, vielleicht kannst du es dir schon denken, die Gruppe, die sich intern auf ihren Muskel fokussiert hat, hatte bessere Ergebnisse. Konkret, es wurde auch gemessen hier, und zwar war das eine Bizeps-Übung, die sie durchgeführt haben. Und das Bizeps-Wachstum der intern fokussierten Gruppe, also die, die sich auf den Muskel fokussiert haben, lag bei 12,4% und bei der anderen Gruppe, die sich eben einfach nur auf das Gewicht fokussiert haben, da lag das Wachstum bei 6,9%. Also, hier sehen wir fast das Doppelte an Entwicklung. Und das bringt uns zurück zum guten alten Bodybuilding. Denn Bodybuilder nennen das Ganze schon lange die Geist-Muskel-Verbindung. Und ganz offenbar wissen wir inzwischen auch, und haben es auch nachgewiesen, da ist definitiv was dran. In der Forschung nennt sich das Ganze Aufmerksamkeitsfokus. Und das heißt kurz und knapp, das, woran du denkst, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest, bei einer bestimmten Übung, da liegt auch dein Trainingsreiz. Und das beinhaltet auch das Krafttraining. Es gibt zwei grundlegende Arten, wie du deine Aufmerksamkeit fokussieren kannst. Einmal internal, also innerhalb deines Körpers oder external, außerhalb deines Körpers. Lass uns die beiden Begriffe nochmal kurz durchgehen. Ein internaler Fokus bedeutet, dass du an die Bewegung deines Körpers denkst oder im Bodybuilding, dass du an den Körperteil, an den Muskel denkst, da deine Aufmerksamkeit drauf legst, den du trainieren möchtest. Nehmen wir zum Beispiel mal die Übung fliegende Bewegung, also eine Brustmuskelübung, wenn du diese Übung durchführst. Dann würdest du dich auf die Kontraktion deines Brustmuskels fokussieren und den auch nochmal extra anspannen, wenn du die Übung durchführst. Nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel jetzt, vielleicht mal mit einem externalen Fokus und nehmen wir das Kreuzheben. Stell dir vor, du hebst das Gewicht beim Kreuzheben an vom Boden und du legst den Fokus nicht auf einen bestimmten Muskel, das wäre internal, sondern du fokussierst dich auf den Fußboden und fokussierst dich darauf, den Fußboden von dir wegzudrücken beim Kreuzheben. Auch das ist ja ein Tipp, den man häufig bekommt. Das wäre ein externaler Fokus. Wir können also unter dem Strich sagen, ein internaler Fokus bedeutet, dass du den Muskel fühlst und ein externaler Fokus ist, das Gewicht hochzuheben. Und jetzt ist es nochmal wichtig zu wissen, dass nicht immer der internale Fokus der ideale Ansatz ist für alle Übungen da draußen, denn es kommt darauf an, was du erreichen möchtest. Es gibt andere Studien, die aus der Physiotherapie kommen oder aus dem Techniktraining in Sportarten. Und die haben dann wiederum festgestellt, dass die externale Fokussierung gerade dann vorteilhaft ist, wenn du deinen Skill verbessern möchtest, wenn du deine Fertigkeit, deine Technik verbessern möchtest und wenn du eine bestimmte Spitzenleistung erbringen möchtest, die eben einen hohen technischen Anspruch hast. Und es scheint auch auf das Trainingsgewicht anzukommen. Es ist nämlich so, dass bei Training mit sehr schwerem Gewicht ein externer Fokus häufig besser funktionieren kann, auch im Krafttraining. Denn in dieser Studie mit den American Football Spielern haben die Forscher festgestellt, dass die Muskelaktivierung mit einem internen Fokus auf den Zielmuskel gerade dann am effektivsten war, wenn du leichte bis moderat schwere Gewichte verwendet hast und weniger effektiv war bei extra schwerem Gewicht. Jetzt kann es natürlich so sein, und das ist jetzt meine persönliche Vermutung, dass du bei extra schwerem Gewicht sowieso keine andere Wahl hast, als alle Muskeln maximal anzuspannen, um das Gewicht überhaupt hoch zu bekommen. Und bei leichtem und mittleren Gewicht können andere Muskeln eben noch ganz gut mithelfen. Und da hilft es dann wirklich, wenn du dich auf den Zielmuskel fokussierst. Ja, und auch das sei an der Stelle nochmal gesagt, es kommt auch auf dein Trainingsziel an. Nehmen wir zum Beispiel das olympische Gewichtheben, das Snatchen oder auch Reißen genannt, eine extrem anspruchsvolle Übung. Da liegt der Fokus darauf, das Gewicht explosiv hochzureißen, über den Kopf zu bringen und nicht einen bestimmten Muskel zu kontrahieren. Ich trainiere regelmäßig in einem Fitnessstudio, wo viel olympisches Gewichtheben trainiert wird. Und was die Coaches da ihren Athleten immer sagen, sind solche Hinweise, die eher auf externe Faktoren gehen, wie zum Beispiel schnelle Ellbogen oder drück dich vom Boden weg, durchbiege die Stange, solche Dinge. Und das bringt uns zurück zu deinem Ziel. Wenn du möglichst schnelle Veränderungen, eine Transformation deines Körpers erreichen möchtest, dann ist das natürlich eine andere Zielsetzung, als wenn du in einer bestimmten Übung technisch perfekt werden willst, wie zum Beispiel dem Reißen. Deswegen können wir vereinfacht sagen, Kraftathleten, wie zum Beispiel Powerlifter, die fokussieren sich mehr auf das Gewicht. Menschen, die nackt gut aussehen wollen oder Bodybuilding betreiben, die fokussieren sich eher auf den Zielmuskel. Das wäre auch dann der richtige Ansatz, wenn du dich im Spiegel anguckst und sagst, hey, hier und da habe ich noch Defizite, da möchte ich Muskeln aufbauen. Oder da möchte ich meine Figur straffen. Dann hilft es, wenn du auf diesen Muskel deinen Fokus legst. Wenn also dein Ziel Muskelwachstum ist, Hypertrophie, dann hilft dir ein internaler Fokus. Und dann hilft dir eine starke Geist-Muskel-Verbindung. Es gibt immer noch viele Diskussionen zu dem Thema Geist-Muskel-Verbindung. Und meiner Wahrnehmung nach handelt es sich dabei meistens darum, dass eben die Ziele nicht klar sind. Es ist wichtig, dass du weißt, wo möchtest du mit deinem Training hin? Möchtest du eher deine Fertigkeiten? Möchtest du an deiner Technik arbeiten, deine Fertigkeiten verbessern? Möchtest du stärker werden? Oder möchtest du etwas an deinem Aussehen verändern? Unterm Strich bleibt aber eins, und vielleicht ist es dir schon aufgefallen, wir reden über Fokus. Der Fokus ist in allen Zielsetzungen wichtig. Es ist wichtig, wenn du ins Training gehst, dass du dich auf dein Training fokussierst. Und nicht auf andere Dinge, was ich häufig auch beobachte. Viele spielen mit ihrem Handy rum. Oder man kann genau sehen, sie trainieren, aber gedanklich sind sie wo ganz anders. Und allein das führt dazu, dass dein Training weniger effektiv ist, obwohl du die gleiche Zeit beim Training verbringst. Die spannende Frage ist ja jetzt, wie schaffst du es, dass du einen Muskel beim Training wirklich fühlen kannst. Gerade Anfänger haben häufig das Thema, dass sie gar nicht so richtig in sich reinfühlen können. Wo ist denn eigentlich mein Natissimus? Wo ist mein Trizeps? Und ganz generell ist das Ganze leichter bei Isolationsübungen, wie zum Beispiel einem Bizeps Curl oder dem Beinstrecker an der Maschine. Denn da weißt du schon, welcher Muskel trainiert wird. Es ist auch primär ein Muskel, und du kannst dich noch eher auf diesen Muskel konzentrieren, als bei einer Verbundübung, die komplexer ist. Selbst erfahrene Gewichtheber, selbst erfahrene Kraftsportler haben Schwierigkeiten bei komplexen Übungen, wie zum Beispiel der Kniebeuge, bestimmte Muskeln zu fühlen. Das erfordert auch Training. Und das Training der Geist-Muskel-Verbindung ist definitiv auch ein Training. Und das ist dann wahrscheinlich auch die gute Nachricht, denn du kannst eine, egal wo du jetzt gerade stehst, du kannst eine bessere Geist-Muskel-Verbindung entwickeln, denn das Ganze ist eine Fähigkeit, die du mit Übungen lernen kannst und die du auch entwickeln wirst. Trotzdem darfst du da deine Aufmerksamkeit drauf richten und idealerweise auch systematisch vorgehen. Und damit dir das Ganze möglichst leicht fällt, gebe ich dir nochmal zehn Tipps mit an die Hand, wie du genau das erreichen kannst. Punkt Nummer eins, es ist eine gute Idee, wenn du eine Idee von der Anatomie deines Körpers hast. Wo liegen bestimmte Muskeln, wie du trainierst? Wie funktionieren sie? Welche Funktionen haben sie? Und in welchen Bewegungen sind sie überhaupt involviert? Da gibt es ein wunderbares Buch von einem Franzosen, Frédéric Delavier, heißt er. Der hat wunderbare Zeichnungen zu allen gängigen Kraftübungen angefertigt in einem Buch, das Strength Training Anatomy heißt. Gibt auch eine deutsche Version davon, die verlinke ich dir in den Shownotes. Finde ich, es ist ein wunderbares Buch, um sich mal mit der Anatomie des Kraftsports zu beschäftigen. Und ich kann es nur jedem, der irgendwas mit Widerstand macht, Gewichte hebt, Bodyweight Training macht, was auch immer, sich dieses Buch einmal anzugucken. Ich habe bei mir im Trainingsgym, in meinem Homegym auch solche Anatomie-Poster hängen. Das heißt, wenn ich trainiere, dann sehe ich die auch und sie sind immer im Blickfeld und irgendwas, selbst wenn ich gar nicht bewusst drauf gucke, bleibt dann auch hängen. Auch das ist eine Option, wenn du irgendwo Platz an der Wand hast, dir so ein Anatomie-Poster zu kaufen und aufzuhängen. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Es ist eine gute Idee, wenn du jede Übung mit perfekter Form lernst. Denn der Punkt ist der, selbst wenn du dich noch so sehr auf deinen Zielmuskel fokussierst, wenn du die Übung nicht richtig machst, dann bringt dir das nicht viel. Denn was passiert bei einer falschen Technik? Ja, ganz klar, du verwendest Muskeln, die du bei dieser Übung normalerweise gar nicht trainieren wollen würdest. Und die helfen mit und sorgen dafür, dass die Übung ineffektiv wird. Und dann bringt es auch nicht so viel, wenn du dich auf den Zielmuskel fokussierst. Deswegen Technik ist immer das Wichtigste. Als erstes brauchst du eine saubere Technik bei der Übung. Erstens natürlich, um verletzungsfrei zu bleiben. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, um effektiv zu trainieren und nachher deinen Zielmuskel auch bewusst targetieren zu können. Deswegen ist es eine gute Idee, wenn du jedes Tool, jede Ressource da draußen, die du finden kannst, nutzt, um möglichst saubere Technik zu lernen. Das kann ein erfahrener Freund im Gym sein, den du mal fragst, hey, kannst du dir mal angucken, ob ich die Technik sauber durchführe. Du kannst einen Trainer fragen, Bücher lesen, in denen Technik beschrieben ist, ist natürlich immer eine gute Idee. Es gibt eine Vielzahl von YouTube-Videos. Nicht alle sind gut, aber es gibt gute da draußen. Es gibt Coaches, die du fragen kannst, Artikel, die du lesen kannst, Podcasts sicher auch, die du dazu hören kannst. Also es gibt viele Varianten, sich in saubere Technik einzuarbeiten. Und eine Sache hatte ich noch vergessen, die ist ganz wichtig. Ich finde es immer besonders hilfreich, wenn man sich beim Training auch mal selbst filmt mit seinem Smartphone. Wir machen das mit unseren Klienten im Online-Coaching auch häufig. Du nimmst einfach dein Smartphone, filmst dich bei einer bestimmten Übung und schaust dann selbst, wie sauber ist meine Technik. Du kannst das Ganze vergleichen mit Videos, in denen die saubere Technik dargestellt ist, ob da ein Delta ist. Und das bringt mich zu Punkt Nummer 3. Du kannst bestimmte verbale oder mentale Hinweise nutzen, um die Übung noch effektiver zu machen. Und zwar für jede Übung gibt es sowas. Wenn du mein Buch gelesen hast, Looking Good Naked, da ist hinten eine Beschreibung zu jeder Übung drin. Und auch da verwende ich solche Hinweise. Die meisten Trainer lernen sowas und nutzen das auch, wenn sie dich trainieren. Sie geben dir Hinweise, wie du eine Übung sauber und korrekt durchführen kannst. Das kann ein ganz simpler Hinweis sein, wie zum Beispiel der Hinweis beim Bankdrücken, fokussiere dich auf die Brustmuskeln. Oder was auch immer bei dieser Übung dann trainiert werden soll. Allein solche simplen Hinweise führen dazu, dass der Muskel besser angespannt wird und besser trainiert wird bei einer Übung. Es gibt andere Hinweise, die auf die Technik abzielen. Zum Beispiel ist es so, dass viele Menschen ihren Lattmuskel bei Zugübungen nicht so richtig fühlen können. Sie wissen gar nicht, welcher Muskel das ist. Und das liegt häufig daran, dass ihre Arme zu viel Arbeit verrichten, also der Bizeps und andere Ellenbogenbeuger. Und es hängt häufig auch damit zusammen, dass sie ihren Rücken rund haben. Und in solchen Fällen können Hinweise wie, halte deine Hände wie Haken und Brust raus, Rücken gerade, Schulterblätter zusammen und nach unten ziehen. Solche Hinweise führen dann dazu, dass der Latissimus stärker kontrahiert und die Arme weniger mithelfen, was die Übung am Ende viel effektiver macht. Und du siehst schon, das ist sehr übungsspezifisch. Ich kann unmöglich in dieser Folge alle möglichen Hinweise für alle möglichen Übungen geben. Aber meiner Meinung nach sollten die wichtigsten Hinweise in jedem guten, ausführlichen Tutorial beschrieben werden. Und das gilt auch für die ausführlichen Tutorials, die du bei mir auf der Website findest. Zum Beispiel zum Thema Kreuzheben, zu den Kniebeugen, Überkopfdrücken und Schulterdrücken, Klimmzüge und solche Übungen, die kannst du alle finden über die Suchfunktion bei mir auf der Website. Ja, und was für fast jede Übung funktioniert, ist, fokussier dich auf den Zielmuskel. Also den Muskel, den du mit dieser Übung primär trainieren möchtest. Das funktioniert für fast jede Übung. Und das bringt mich zum vierten Punkt, Visualisierung. Visualisierung ist eine ziemlich bekannte mentale Trainingstechnik, die du in vielen, vielen Bereichen anwenden kannst. Und du kannst sie auch nutzen, um die Geist-Muskel-Verbindung zu verbessern. Visualisierung ist einfach eine andere Art und Weise, deine Aufmerksamkeit bewusst zu fokussieren. Und du nutzt hier im Gegensatz zum Tipp eben, eben nicht die verbalen Hinweise, sondern du nutzt Bilder, die du vor deinem inneren Auge projizierst. Auch hier gibt es eine spannende Studie, da ging es ums Bauchmuskeltraining. Und den Probanden wurde gesagt, dass sie die Bauchmuskeln nicht nur fühlen und kontrahieren sollen, sondern sie bekamen auch ganz spezifische Anweisungen, wie sie ihre geraden und schrägen Bauchmuskeln bei der Übung visualisieren können. Ja, und auch hier wurde festgestellt, dass die Probanden, die visualisiert haben, insgesamt eine viel stärkere Kontraktion der Muskeln erfahren haben, als die Probanden, die nicht visualisiert haben. Und hier kommt Tipp Nummer eins ins Spiel. Wenn du deine Anatomie kennst und weißt, wie der Muskel aussieht, dann kannst du natürlich hier auch wunderbar mit einer Visualisierung arbeiten. Und das bringt mich zum Punkt Nummer fünf. Ein simpler Tipp, in vielen Fällen vielleicht nicht unbedingt der einfachste. Es hängt von der Tagesform ab. Sobald du ins Training gehst, lässt du alle weltlichen Probleme, die du so mit dir rumschleppst, hinter dir. Die können ruhig auf dich warten, wenn du im Training durch bist, aber beim Training denkst du nur ans Training. Der Punkt ist nämlich der, wenn du eine bestimmte Übung durchführst und gedanklich bist du aber wo ganz anders, dann heißt das auch automatisch, dass deine Aufmerksamkeit nicht beim Training ist, nicht beim Muskel ist und dein Training automatisch weniger effektiv ist. Es hilft also nichts, beim Training schon den nächsten Einkauf zu planen oder auch das beim Krafttraining halte ich es für nicht unbedingt hilfreich, Hörbücher zu hören oder auch Podcasts. All das lenkt dich ab, sondern ich persönlich höre häufig Musik und zwar Musik, die mir dabei hilft, mich zu fokussieren. Nicht unbedingt Musik, wo ich auf den Text fokussiert bin. Ja und wie lässt du deine Probleme hinter dir? Nun, ich kann dir ein paar Ideen mitgeben, zum Beispiel könntest du dir sagen, wenn du ins Training gehst, das ist jetzt meine Zeit, diese Zeit ist kostbar und mein Training ist mir heilig und dann fokussierst du dich so gut es geht nur auf das Workout. Wenn du trainierst, trainierst du und wenn du im Training durch bist, dann kümmerst du dich um all die anderen Dinge. Ich weiß, das ist vielleicht am Anfang für die eine oder den anderen eine Herausforderung und auch das ist Training. Vielleicht hilft es dir auch, wenn du das Training einfach als Stressabbau, als Erholung, so sonderbar das vielleicht klingt, aber als mentale Erholung siehst und genau das ist es auch für dich, wenn du den Fokus auf das Training legst. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, Punkt Nummer 6. Das verzahnt auch mit diesem Punkt. Am besten eliminierst du alle Ablenkungen im Fitnessstudio. Ich trainiere manchmal zu Hause in meinem Homegym und ich habe für mich festgestellt, dass ich in kommerziellen Fitnessstudios deutlich besser trainieren kann. Wenn ich Menschen um mich herum habe, die auch trainieren, dann reiße ich mich eher am Riemen und fokussiere mich auch wirklich auf mein eigenes Training. Und dazu gehört auch, egal ob du zu Hause trainierst oder in einem kommerziellen Gym, versuch möglichst alle Ablenkungen zu eliminieren. Dazu gehört, wenn es sein muss, dein Telefon auszuschalten oder du lässt es gleich ganz zu Hause. Ich habe häufig beim Laufen, wenn ich laufen gehe, mein Telefon gar nicht unbedingt dabei. Ich habe dann nur meine Apple Watch und auch da deaktiviere ich dann die Telefonfunktion. Ja und wenn du das Telefon dabei hast, dann kannst du es ja auf Stumm schalten, auf Flugmodus oder so, dass zumindest keine Nachrichten noch reinkommen. Beim iPhone gibt es so eine schöne Nicht-Ablenken-Funktion, einen Fokusmodus, den kannst du einschalten und dann warten all die Nachrichten auf dich und du kannst sie dir angucken, wenn du mit dem Training durch bist. Ja, ich habe eben schon erwähnt, Musik höre ich beim Training häufig. Für mich persönlich ist die Musik, die ich höre, keine Ablenkung und das ist individuell. Das findest du für dich selbst raus. Es kommt auch auf die Musik drauf an. Für mich ist es so, ich höre Musik, ich nutze dazu Kopfhörer, die auch so eine Noise-Cancelling-Funktion haben und das hilft mir dabei, alles Externe auszublenden. Ich werde dann auch nicht angesprochen, ich kriege das nicht mit, wenn andere reden und ich kann meine mentale Energie auf mein Training fokussieren. In vielen Fitnessstudios hängen auch Fernseher rum, in dem ich trainiere jetzt nicht, aber ich habe schon viele gesehen. Am besten achtest du nicht unbedingt auf die Fernseher, während du trainierst. Du kannst es machen, wenn du Cardiotraining machst. Da geht es ja um andere Zielsetzungen, aber meiner Meinung nach ist das Letzte, was du in einem Fitnessstudio brauchst, die aktuellen Nachrichten. Das, worauf du dich fokussieren solltest, ist der nächste Satz, die Übung, den Muskel, den du trainierst und das visualisierst du nicht unbedingt, das, was im Fernsehen läuft. Vielleicht hast du dich schon mal gewundert, warum einige Menschen im Fitnessstudio einen Hoodie tragen zum Training und häufig ist das nicht der Fall, dass ihnen unbedingt kalt ist oder dass sie ein bestimmtes Fashion-Statement abgeben wollen, sondern der Grund, dass sie den Hoodie aufhaben, ist, dass sie sich besser fokussieren können, denn durch die Kapuze wird die periphere Vision ausgeblendet, sie sehen nicht mehr so genau, was um sie herum passiert und sie können sich mehr auf ihr eigenes Training fokussieren. So eine Art Tunnelblick und das ist häufig der Grund, warum Menschen eben mit Hoodie trainieren, das nur am Rande. Ja und falls du in einem Fitnessstudio trainierst, in dem die allermeisten Menschen sich eher miteinander unterhalten als zu trainieren und dich das wirklich ablenkt, dann darfst du dir die Frage stellen, ob das wirklich das richtige Gym für dich ist. Das bringt mich zum siebten Punkt, langsames Training bei den einzelnen Übungen. Normalerweise würdest du für eine Wiederholung vielleicht ein bis zwei Sekunden brauchen, um das Gewicht anzuheben und zwei bis drei Sekunden, um es wieder runterzubringen in die Ausgangsposition. Indem du das Tempo absenkst und da reichen häufig ein bis zwei Sekunden, fällt es dir leichter, den Zielmuskel zu fühlen und gleichzeitig hast du auch eine längere Time Under Tension, sagt man, also eine längere Dauer, in der der Muskel auch unter Spannung steht und gleichzeitig reduzierst du den Schwung. Häufig hilft es, wenn du die Übung einfach erstmal langsamer durchführst und dann ganz bewusst Zeit hast und Gelegenheit hast, dich mit dem Gefühl deiner Muskeln zu beschäftigen. Und hier kann es besonders hilfreich sein, wenn du dich auf die exzentrische Phase, also das Absenken des Gewichts, konzentrierst und diese exzentrische Phase, also die Rückführung, noch eine Ecke langsamer machst als die Kontraktion, die konzentrische Phase. Bei der Kniebeuge wäre die exzentrische Phase, also das Runtergehen, das Konzentrische, wieder das Aufstehen aus der Hocke. Auch hier gibt es Studien und die deuten darauf hin, dass der Fokus auf die exzentrische Phase zu einem größeren Muskelwachstum führt und eben auch zu einer besseren Geistmuskelverbindung. Und das nur am Rande, wenn du langsamer trainierst, dann heißt das in den meisten Fällen auch, dass du das Gewicht absenken darfst und viele Menschen denken dann, ja, aber dann mache ich ja Rückschritte. Das stimmt tatsächlich nicht, denn das langsamere Training führt genauso zu einer Stimulation für Muskelwachstum wie das schnellere Training mit möglicherweise schwererem Gewicht. Du kannst es eher so sehen, dass du damit ein stärkeres Fundament gießt für spätere Fortschritte. Und das bringt mich zum Punkt Nummer 8. Am besten startest du mit leichten Gewichten und einem internalen Fokus für Muskelaufbautraining. Viele Trainer empfehlen ihren Klienten, am Anfang mit leichten Gewicht zu trainieren, bis du eine Übung mit perfekter Form beherrschst. Und das ist immer eine gute Idee, gerade wenn du neue Übungen lernen möchtest. Es ist aber auch dann eine gute Idee, wenn du die Geist-Muskel-Verbindung trainieren möchtest. Ganz generell hilft dir der internale Fokus ja gerade dann, wenn du mit leichtem bis moderatem Gewicht trainierst. Und wenn du schon mal mit sehr schwerem Gewicht trainiert hast, dann weißt du, dass es auch einfach sehr viel schwerer ist, sich dann noch auf bestimmte Muskeln zu konzentrieren, wenn das Gewicht ohnehin schon so schwer ist. Jetzt kann es natürlich sein, dass du zur Powerlifting-Fraktion gehörst und einfach schwer trainieren möchtest und auch willst, um deine Ziele zu erreichen. Auch dann kannst du hier mit internalen Cues arbeiten und deine Geist-Muskel-Verbindung trainieren und zwar genau in deinen Warm-Up-Sätzen. Gerade am Anfang, wenn du mit leichtem Gewicht dich warm machst und auf eine Übung einstimmst, dann kannst du diese Warm-Up-Sätze nutzen, um deine Geist-Muskel-Verbindung zu schulen. Und indem du deine Geist-Muskel-Verbindung immer mehr verbesserst durch das Training mit leichtem und mittleren Gewicht, wirst du auch feststellen, dass du stärker wirst mit schwereren Gewichten. Denn die bessere Aktivierung des Muskels, die nimmst du mit. Und das bringt mich zu Tipp Nummer 9. Das ist eine Technik aus dem Bodybuilding. Auch die kostet dich keine extra Zeit und das ist die sogenannte Endkontraktion. Die ist generell hilfreich, aber sie ist auch vor allen Dingen dann hilfreich, wenn du noch Schwierigkeiten gehabt hättest, einen bestimmten Muskel überhaupt zu fühlen oder ihn zu kontrahieren, bewusst zu kontrahieren. Was kannst du dann machen? Nun, du führst die Übung einfach durch. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, den Bizeps-Curl. Du beugst die Ellenbogen, die Arme und hebst das Gewicht an. Und in der obersten Position des Bizeps-Curls hältst du das Gewicht und kontrahierst alles so stark, wie du kannst. Das ist ein klassisches Bodybuilding-Trainingsprinzip und es bedeutet einfach, dass du in der Endposition der Übung deine Muskeln für einen kurzen Zeitpunkt, das können ein, zwei oder drei Sekunden sein, stark kontrahierst und dadurch die neuromuskuläre Verbindung stärkst. Und damit sind wir fast durch. Punkt Nummer zehn ist das Training deiner Achtsamkeit. Meditation oder Achtsamkeitstraining bringt eine Menge von Vorteilen mit sich, denn worum es ja in der Regel geht, ist, dass du lernst, deinen Geist, wenn er, und das passiert ständig, auch wenn du es trainierst, wenn er seinen Fokus wieder von dem abwendet, was eigentlich das ist, worum du dich kümmern möchtest, das kann auf der Arbeit passieren, das kann bei einem Gespräch mit einer geliebten Person passieren. Wir lassen uns so häufig ablenken und Meditation ist das Training, unsere Aufmerksamkeit zu fokussieren. Und zwar bedeutet das, dass du deine Aufmerksamkeit wieder zurückbringst, nachdem du feststellst, dass sich deine Aufmerksamkeit irgendwie selbstständig macht. Jetzt denken die meisten wahrscheinlich bei Meditation an so jemanden, der im Schneidersitz sitzt, hier mit den Händen leicht angehoben und Daumen und Zeigefingern zusammen. Das ist nicht gemeint, sondern du kannst Meditation, du kannst solche Achtsamkeitstraining, Aufmerksamkeitstraining in alles, was du tust, einbauen. Du kannst es machen beim Training, wenn du Gewichte bewegst und feststellst, hey, Marc hat mir doch gesagt, ich soll beim Training mich auf mein Training fokussieren und jetzt erwische ich mich gerade mit dem Handy in der Hand. Keine Sorge, passiert mir auch, wenn du mich mal beim Training siehst, ich sitze manchmal auch in den Satzpausen und schaue auf Instagram und dann merke ich wieder, oh Mensch, ich wollte doch weniger davon machen und mich mehr auf mein Training fokussieren und dann lege ich es zur Seite. Ja, genau das ist das, was du trainieren möchtest beim Achtsamkeitstraining, beim Aufmerksamkeitstraining und der Gedanke, den du dabei im Hinterkopf haben möchtest, ist, egal wo du gerade bist, du bist da, wo du gerade bist. Wenn du isst, dann isst du und schaust nicht Fernsehen nebenbei. Wenn du Fernsehen schaust, schaust du Fernsehen und schaust nicht nebenbei auf deinem Handy irgendwas. Also es geht darum, dass das, was du gerade tust, tust du mit voller Aufmerksamkeit. Und im Training heißt das, dass du gedanklich beim Training bist. Du bist bei deinem Trainingssatz, den du gerade durchziehst. Und ich habe es eben schon gesagt, eine gute weitere Möglichkeit, die Achtsamkeit zu trainieren, ist das Essen. Wir essen alle mehrmals am Tag, zumindest die meisten von uns. Und das heißt, du hast, gerade wenn du isst, mehrere Möglichkeiten zu üben. Und genau das wird dazu führen, dass du auch in anderen Lebensbereichen dich immer besser fokussieren kannst, indem du beim Essen übst, nichts zu machen, außer zu essen. Also nicht nebenbei zu lesen, kein Facebook checken, kein Instagram checken, kein Fernsehen, einfach nur essen. Du fokussierst dich auf den Geschmack des Lebensmittels, du fokussierst dich darauf, wie sich das im Mund anfühlt, wie es riecht, wie es aussieht, all diese Dinge. Deine Aufmerksamkeit zu fokussieren auf genau eine Sache zur Zeit ist eine Fähigkeit und die kann man üben und du kannst darin wirklich, wirklich gut sein, egal, wo du gerade stehst. Und wenn du das Ganze auf dein Training anwendest, dann erschaffst du dadurch eine großartige Macht, eine großartige Wirksamkeit des Trainings und du wirst nicht nur aus deinem Training mehr Effekt rausholen, sondern du wirst feststellen, dass sich das auch auf viele andere Lebensbereiche auswirken wird. Und das bringt mich zum Ende der heutigen Folge, die tatsächlich ein bisschen länger geworden ist, als ich dachte, ich hoffe, es war trotzdem interessant für dich. Wir können unterm Strich sagen, es gibt gar keinen Zweifel daran, dass die Geist-Muskel-Verbindung eine reale Sache ist und dass sie dein Training, ohne dass du mehr Zeit investieren musst, deutlich effektiver machen kannst. Studien zeigen, dass du die Kontraktion eines Muskels deutlich erhöhen kannst, indem du den Fokus beim Training auf diesen Muskel legst. Die langjährigen Bodybuilder haben es schon immer gewusst, inzwischen wissen wir es alle, du wirst schneller Muskeln aufbauen, indem du deinen Fokus, deine Achtsamkeit auf diesen Muskel legst, den du gerne vergrößern möchtest. Wie groß dieser Effekt ist? Nun, ich habe ein paar Zahlen genannt aus einzelnen Studien. Wir wissen, dass es einen Effekt gibt. Wie groß er genau ist, das werden wir wahrscheinlich in der Zukunft noch besser wissen. Ich finde solche Themen immer unglaublich faszinierend, weil ich glaube, dass wir alle heute noch unterschätzen, wie stark eigentlich der Einfluss unserer Aufmerksamkeit, unseres Fokus, unserer mentalen Fähigkeiten ist, egal, um welche Lebensbereiche es geht. Und ich finde, gerade das Training ist eine wunderbare Spielwiese, um diese mentale Stärke und diese Fokussierung zu trainieren. Und sie dann eben mitzunehmen dein restliches Leben. Und dann wünsche ich dir viel Spaß, viel Erfolg beim Training und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcasts gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de schrägstrich Podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine weitere Empfehlung. und dann die vor 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 vor